Mein Name ist Seth Manser. Ich komme von Schwende, Appenzoll-Innenrode. Mit der Alpsteinregion verbindet mich Bodenständigkeit und Tradition. Der BTS-Standard heisst, besonders tierfreundliches Haltungssystem. Wir haben den Wätengarten, wo es, wenn es die Temperatur zu lassen, dann können sie raus scharen und bicken. Wir haben erhöhte Setzgelegenheiten und verschiedene Sachen drin, wo sie sich vergnügen können. Mein Plan für die Zukunft ist, dass wir hoffentlich so weitergehen können und fahren mit dem Geschäftspartner und dass wir eine gute Zusammenarbeit mit der Firma Bianchi und der Drupero haben. Mein Name ist Luca Bianchi und wir sind hier bei Bianchi Comestible in Zuviken im Aargau. HelloFresh unterscheidet sich dadurch, dass grosse Mengen sind, also ein höheres Volumen, dass es von der Kommissionierung kleinere Mengen sind für die einzelne Person. Und die ganze logistische Abwicklung ist ein wenig komplexer, aber natürlich sehr spannend für uns und ein sehr wertvoller Kumpel. Ja, das Alpsteinpoulet ist ein sehr regionales Poulet aus der Region vom Alpstein. Wir haben dort fünf verschiedene Bauern, die wir zusammenarbeiten. Wir wissen genau die Rückverfolgbarkeit vom Produkt zum Bauer. Das ist auch mit einem Barcode auf jedem Produkt erkennbar. Und die kurzen Transportwege sind uns sehr wichtig und das Tierwohl nach besonders tierführendlicher Stallhaltung. Also Alpsteinpoulet bekommt man über HelloFresh, über den Kanal. Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit als Endkonsument an das Produkt zu kommen und zu uns natürlich in der Gastronomie, in der Restaurant, wo das besteht. Bis zum nächsten Mal.